Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 7 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,5 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF, 2020